Felicitas Rauch ist eine deutsche Fußballspielerin, die für den Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam spielt. Karriere Rauch begann 1999 beim TSV Dunkelbeck mit dem Fußballspielen, wechselte 2004 zum VfB 1 und 2010 weiter in die Jugendabteilung von Turbine Potsdam. 2012 wurde sie mit Potsdam's B-JuniorInnen nach einer 2-3-Final-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim Deutsche Vizemeisterin und gehörte ab der Saison 2012 13. dem Kader der Zweitligamannschaft an. Nachdem sie mit dieser Mannschaft in der Spielzeit 2013 14. die Meisterschaft der 2. Bundesliga-Norderrungen hatte, rückte Rauch im Sommer 2014 in die erste Mannschaft auf. Am 21. September 2014 wurde sie beim 2-1-Erfolg gegen den 1. FFC Frankfurt in der 81. Minute für Natasar Andonewe eingewechselt und feierte damit ihr Bundesliga-Debüt. Rauch debütierte 2012 für die deutsche U16-Nationalmannschaft und kam für die U17-Nationalmannschaft unter anderem im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 zum Einsatz. Nachdem sie mit der U19-Nationalmannschaft die Qualifikation zur Endrunde der Europameisterschaft 2014 verpasst hatte, nahm Rauch im Sommer 2014 mit der U20-Nationalmannschaft an vom 5. bis 4. und 20. August 2014 in Kanada ausgetragen U20-Weltmeisterschaft teil. Dort bestritt sie alle sechs Turnierspiele und wurde mit dem 1-0-Sieg in Pfau im Finale gegen die Auswahl Nigerias Weltmeisterin. Am 17. November 2015 wurde sie von Bundestrainerin Sylvia Neid in den Kader der A-Nationalmannschaft für das Länderspiel gegen England berufen und kam dann auch zu ihrem ersten Einsatz. Erfolge Meister 2. Bundesliga Nord 2013 14. Zehntel